Okay, was ist denn mit Cadena los? Diese Frage stellen sich wohl möglich einige Investoren, die damals mal in Cadena investiert haben. Und um dieser Frage wirklich auf den Grund zu gehen, muss man sich natürlich auch mal mit dem Projekt weiter befassen und schauen, okay, was passiert denn da? Und wir müssen uns mal anschauen, was ist denn bisher mit Cadena passiert und wie sieht es denn jetzt im Markt aus? Und ich würde mal sagen, ohne jetzt viel hier weiter rumzureden, gucken wir uns das Ganze mal genauer an und wir schauen, okay, wie viel Potenzial hat es denn noch? Was können wir hier erwarten von dem Projekt und was ist beispielsweise auch mein Fahrplan? Investiere ich in das Projekt noch, behalte ich es weiter im Auge, verkaufe ich es eventuell, schreibe ich es ab? Da gibt es ja natürlich viele Herangehensweisen und ich würde mal sagen, wir schauen uns das Projekt mal genauer an. Deswegen ohne viel weiter rumzureden, let's go! Wichtig, ich bin kein Anlagenberater. Dieses Video dient er lediglich als Informationsquelle. Gut und ich habe jetzt wieder einiges vorbereitet und wenn wir hier mal sehen, im Trending sehen wir Ethereum. Wer hätte das denn gedacht? Und Ethereum Proof of Work, Ethereum und Ethereum Classic. Und hier wird es eben auch schon interessant, wie man das auffassen soll. Kann man natürlich auch erst wieder im späteren Verlauf anschauen, aber was meine ich denn damit? Wir wissen, Ethereum hat einen Hardfork. Ethereum ist von Proof of Work zu Proof of Stake gewechselt, okay? Jetzt gibt es natürlich eine Kryptowährung, die Ethereum Proof of Work heißt, ja? Die Miner sind natürlich verärgert, sind sauer, deren Job wurde gekündigt, um es mal einfach auszudrücken, okay? Natürlich, wenn es auf Proof of Stake gewechselt ist, kann man nicht mehr diese Kryptowährung meinen. Soweit verständlich. Und daraufhin gab es auch einen kleinen Trend wieder in Richtung Proof of Work. Klar, die Meinung spaltet sich hier. Der Großteil findet das auch gut, dass Ethereum jetzt auf Proof of Stake gewechselt ist. Dennoch ist jetzt die Frage, wir wissen ja, Cardena ist eine Proof of Work Blockchain. Kann es tatsächlich sogar sein, dass es Cardena hier positiv beeinflussen wird? Wir gucken uns da gleich nochmal ein paar Twitter-Threads an. Da kann sich dann, denke ich mal, jeder seine eigene Meinung bilden. Was wir jetzt dazu sagen müssen, Cardena, wir sind in einem Bärenmarkt. Wir sind fast schon in einem tiefen Bärenmarkt. Wir sind seit fast einem Jahr in einem bärischen Segment, wo es eben nur konstant nach unten geht, beziehungsweise nicht positiv aussieht. So wie es Konjunkturzyklen gibt, gibt es eben auch Bullen- und Bärenmärkte im Kryptomarkt. Soweit ist ja alles verständlich. Cardena hat es natürlich hier, weil es auch eine junge Kryptowährung ist, eine frische Kryptowährung ist, recht stark getroffen. Ich denke mal, da muss man dafür nicht allzu viele Worte verlieren. Wir gucken uns mal aber ganz genau an, was ist denn passiert, wie sieht es denn aus? Und ob das nicht vielleicht sogar ein positiver Aspekt ist, okay? Wir schauen mal jetzt die aktuellen Tokonomics an. Cardena sind jetzt wieder auf Rang 109. Das heißt, nicht mehr in den Top 100. Aktuell zu einem Preis von 1,50 Dollar zu bekommen. Und da muss man auch sagen, der fluktuiert da tatsächlich sehr stark in dem Bereich von 150. Gucken wir uns aber auch gleich nochmal genauer an. Und haben eine Market Cap unter 300 Millionen US-Dollar. Wobei wir natürlich sagen müssen, und hier kommt schon eine kleine Komponente ins Spiel, Circulating Supply, also die Umlaufmenge, da haben wir 20%. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, aber wir gucken uns das auch gleich wieder gemeinsam genauer an. Das sind nämlich momentan fast 200 Millionen KDA-Token im Umlauf. Und es gibt eben eine Total Supply und eine Max-Supply von einer Milliarde. Das heißt, wie gesagt, 20% der Token sind verfügbar jetzt im Umlauf. Da es eine Proof-of-Work-Blockchain ist, wird der Rest noch gemeint. Da habe ich euch ebenfalls auch noch was rausgesucht. Okay, und vom Preistechnischen sehen wir in den letzten drei Monaten tatsächlich nicht so viel. Wir haben hier eben einen höheren Spike gehabt, sind dann wieder ein bisschen weiter abgefallen. Wenn wir uns jetzt mal den All-Time-Chart angucken, dann sehen wir natürlich, okay, Cadena hat sich sehr lange in den Bereich von 20 US-Dollar-Cent eingepegelt und ist dann natürlich explosionsartig nach oben geschossen. 24 US-Dollar waren wir beim All-Time-High. Und von da an haben wir einen Downtrend gesehen, okay, den ich soweit auch vollkommen verständlich finde, weil es ist eben eine junge Kryptowährung. Sie hat noch keinen Bärenmarkt durchgemacht und sie hatte zum Zeitpunkt im November, im Dezember natürlich auch sehr, sehr stark performt. Das war auch die Zeit, wo der Bitcoin neue All-Time-Highs gesetzt hat, okay. Und sobald das natürlich fertig war, ist es natürlich wieder sehr stark nach unten mit dem gesamten Kryptomarkt nach unten korrigiert, ja. Wir sind natürlich innerhalb von kürzester Zeit extrem stark abgestraft worden und haben uns jetzt hier eingepegelt im Bereich von 1,50 Dollar. Und genau deswegen meinte ich ja, hier war es tatsächlich recht schmerzhaft einzukaufen, kann man so sagen, ja. Wenn man hier jedes Mal immer und immer wieder den Dip kaufen wollen würde, dann hat das natürlich einige Konsequenzen gehabt. Aber was wir jetzt sagen müssen, da der Preis sich jetzt hier wirklich wieder eingepegelt hat, okay, finde ich diesen Preis deutlich, deutlich interessanter als die Preise, die wir hier hatten, weil hier kann man tatsächlich wieder das Projekt ordentlich bemessen. Und vom Preis her finde ich das mehr als fair. Ich möchte hier nochmal kurz vorwegnehmen zu einer Information, die wir auch bei Terra Classic Luna gesehen haben. Und habe ich für euch jetzt hier auch was rausgesucht, und zwar, ja, von Wisdom. When you only want results. Und es eben nicht bergauf geht, wenn man nur nach den hohen Kursen strebt, ja. Was wir hier bei Cadena auch, denke ich mal, recht gut sehen können. Hier bewegen wir uns gerade, genau wie wir uns hier bewegt haben. Sieht es eben auch hier aus, ja. Wenn man da eben nur drauf aus ist, erhöhte Kurse, erhöhte Kurse und immer mehr und immer mehr zu haben, ja. Dann hört man natürlich irgendwann auf, sich entweder mit dem Projekt zu befassen oder zu akkumulieren oder sonst was. Und bricht das Ganze dann eben ab. Und das ist eben fast schon eine generelle Lebensweisheit. Das kann man auf recht viele Dinge übertragen. Es gibt eine Phase, wo es so aussieht, als würde nichts mehr helfen. Und dann auf einmal geht es parabolisch nach oben. Das sehen wir sowohl im Kryptomarkt und das sehen wir hier auch beispielsweise bei Terra Luna Classic. Problematisch ist es auf dem Einjahreschart, kann man hier leider nichts mehr sehen, weil die Kryptowährung einen kompletten Absturz hingelegt hat. Aber wenn wir uns mal in den letzten drei Monaten angucken, sehen wir es hier eben auch. Hier hat sich für die Kryptowährung kein Mensch mehr interessiert, okay. Hier haben wir mal mehr, mal weniger. Hier sind wir auch recht seitwärts verlaufen, okay. Okay, sehe ich persönlich genauso wie hier. Wir verhalten uns hier seitwärts und sind dann explosionsartig exponentiell nach oben geschossen. Genauso, so wie es hier eben der Fall ist. Und ich meine nicht, dass es bei Cadena das gleiche Muster gibt und das gleiche Muster auf jeden Fall passieren wird. Worauf ich mich hier stützen möchte, ist die Information, dass es vollkommen normal ist, kann man fast schon sagen, dass sich hier eine sehr lange Zeit auch gar nichts tut und man dann explosionsartig nach oben schießt. Es ist eben nicht nur jeden Monat 10% oder jeden Monat 2% oder sonst was. So möchte man das natürlich als Mensch haben, aber es ist eben nicht so. Eine lange Aufbauphase und eine kurze Explosionsphase, so ist es eben auch besonders in Kryptowährung, okay. Deswegen finde ich persönlich solche langweiligen Bewegungen gar nicht schlimm und eine deutlich bessere Option, hier sich zu informieren, hier sich einzukaufen, als es hier der Fall ist, wenn der Zug eben schon wieder fast schon vorbei ist, ja. Oder man versucht krampfhaft auf den Zug aufzuspringen. Ich hoffe, ich konnte hier meinen Standpunkt verdeutlichen. Natürlich muss da jeder seine eigenen Entscheidungen treffen. Ich möchte hier auch auf gar keinen Fall deine Entscheidung abnehmen. Du solltest auf jeden Fall auch dich extern neben den Videos noch weiter informieren. Das ist sehr wichtig, weil du natürlich für dein Geld auch selber verantwortlich bist. Gut, dann kommen wir schon mal zu einer Zwischenzusammenfassung. Meiner Meinung nach ist es gar nicht so ein Problem, dass wir hier so stark abgestraft sind und jetzt hier in diesen Preisen uns aufhalten. Die wichtige Komponente, die jetzt hier dazu kommt, ist, okay, was passiert denn intern mit Cadena? Denn im Bärenmarkt hat man eben die Zeit, sich aufzubauen, sich zu informieren. Das heißt, Bärenmärkte geben natürlich auch einen Vorteil. Auf der Seite hat sich jetzt hier nicht sonderlich viel verändert. Ich meine, warum sollte es auch? Es ist nur eine Website. Wichtig wird es da eben schon, wenn wir uns mal beispielsweise auf Twitter angucken, okay, wie ist denn die Community eingestellt? Wie arbeitet denn das Team? Gibt es da irgendwelche signifikanten Veränderungen? Können sie ihr Ecosystem weiter ausbauen? Das sind die wichtigen Informationen, auf die man sich auf jeden Fall stützen sollte, okay? Und hier habe ich euch mal ein paar Informationen rausgesucht. Ja, und zwar seitdem es Ethereum nicht mehr möglich ist, wirklich gemeint zu werden, ja, nicht mehr profitabel gemeint zu werden, gibt es jetzt auch wohl möglich eine gewisse Käuferschaft, die sich jetzt umorientiert, ja. Das heißt, wo gibt es denn noch Proof-of-Work-Blockchains, wo man profitabel meinen kann? Und da gibt es beispielsweise Cadena, Script oder Kukatoo 32, wovon ich noch nie gehört habe, aber ja, man muss sich natürlich auch umorientieren, okay? Das heißt, das könnte tatsächlich ein interessanter Aspekt werden, den man natürlich im Auge behalten sollte, wenn man sich mit der Krypteum weiter befassen möchte und da auch plant zu investieren. Dann gibt es beispielsweise auch verschiedene Rankings, wo Cadena mit Casper beispielsweise auch gleichgestellt wird, unter einer Billion, also unter einer Milliarde Market Cap, die auch natürlich sehr interessant ist. Und wir müssen natürlich auch sagen, Cadena ist von dem Potenzial sehr, sehr, sehr stark, ja. Eine Proof-of-Work-Blockchain, die skaliert werden kann, ist auf jeden Fall absolut vielversprechend. Problematisch ist natürlich, dass es sehr, sehr viele Competitors gibt, okay? Sehr, sehr viele Konkurrenten, die auch nicht schlafen, die auch stark sind, ja. Und da muss man natürlich gucken, ob sich Cadena gegen die natürlich auch weiter beweisen kann, ja. Denn der Markt ist riesig, es ist aber auch ein Haifischbecken. Apropos bei einer Kryptowährung, die hier tatsächlich, ja, auch 95% fast abgestraft wurde, sind wir natürlich auf extrem günstigen Preisen. Ich denke mal, da müssen wir darüber auch gar nicht mehr wirklich reden, ja. Man muss natürlich auch bedenken, dass es eine sehr junge Kryptowährung ist. Okay, was passiert denn aber? Aber ich habe mich hier ein bisschen weiter reingelesen und wir sehen auch, okay, es gibt jetzt die CaddxX Wallet, die jetzt released wurde. Davon wurde ja vor zwei Monaten auch gesprochen. Jetzt ist es hier offiziell, die wurde released. Ebenfalls gibt es natürlich auch immer weitere Informationen, die der Community geliefert werden. Das heißt, ja, das Team schläft nicht, es ist aktiv, auch schon mal positiv zu sehen, ja. Dann ein Tweet von Blockchain Media, wo Cadena ebenfalls auch positiv erwähnt wurde, ja. Sämtliche AMAs, die stattfinden, also Ask Me Everythings. Das heißt, man kann sagen, okay, die Community schläft nicht und das Team schläft nicht. Und jetzt kommen wir hier auch schon zu meinem Zwischenfazit, beziehungsweise Endfazit meiner Meinung, wie ich jetzt momentan vorangehe bei Cadena. Und ich muss ehrlich sagen, meine Bestände bei Cadena, damit bin ich schon zufrieden. Und ich bin ebenfalls auch der Ansicht, man sollte kein Maxi sein. Das ist meine persönliche Ansicht. Okay, da kann natürlich jeder seine eigene Meinung vertreten. Ich bin Ansicht, man sollte kein Maxi sein. Und ich mag es, breit gefächer zu diversifizieren. Denn egal, wie vielversprechend ein Projekt ist, auch Quant beispielsweise, würde ich niemals nur All-In in eine einzige Kryptowährung gehen. Ich finde, das ist fatal und somit kann man tatsächlich auch sehr viel verpassen, ja. Deswegen bin ich persönlich ein Freund von Diversifikation. Und deswegen habe ich mich natürlich auch im Bärenmarkt schlau gemacht zu neuen Projekten, die wir hier weiter analysieren wollen und anschauen. Beispielsweise Casper, Aleph Zero wollte ich mir mal angucken, wurde auch sich von der Community oft gewünscht. Von Casper mit K wurde sich auch oft gewünscht. Also Microcap-Kryptos, da wollte man natürlich auch mal gucken, okay, wie viel Potenzial haben die denn? Und deswegen habe ich mich in der Zeit natürlich auch viel um neue Kryptowährungen schlau gemacht, ja. Und da ich meiner Meinung nach eben schon eine gute Summe an Kadena habe, kann ich sagen, hey, ich kann mich erstmal auf andere Kryptowährungen fokussieren. Dennoch muss ich ehrlich sagen, diese Preisbereiche finde ich tatsächlich recht interessant, okay. Habe ich ja vorher schon erwähnt. Das heißt, ich werde nicht nachkaufen, aber ich werde auch auf gar keinen Fall verkaufen. Weil ich persönlich, wenn ich von einem Projekt überzeugt bin und auch investiert habe, ich habe ja nicht ohne Grund investiert, dann lasse ich das Geld auch da. Ich nehme das Geld dann nicht mehr raus. Ich meine, warum sollte ich denn auch? Das Geld, was ich investiere, das habe ich ja nicht ohne Grund investiert. Das habe ich sozusagen abgeschrieben. Das Geld werde ich nicht mehr rausnehmen. Außer natürlich, meine Zielbereiche werden erfüllt und die Kryptowährung pumpt sehr stark durch. Dann möchte ich natürlich auch Gewinne nehmen. Und vom Potenzial, wie gesagt, muss man nicht reden, ist absolut riesig. Falls du dich damit noch nicht befasst hast, kann ich dir gerne hier auch die Informationen geben. Alles, was du über Kadena wissen musst. Denn das Projekt an sich, das Team, Founder sind bombastisch, okay. Gerne anschauen, sehr empfehlenswert. Es gibt aber eine Sache, die Kadena auf jeden Fall in Griff halten muss. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, okay, make or break für den Bärmarkt in den kommenden Bullenmarkt. Was meine ich damit? Wir haben ja auch ebenfalls mal über die Token-Allokationen gesprochen in einem anderen Video. Ich gehe darauf ganz, ganz kurz mal ein. Umso Wissen ist eine Proof-of-Work-Blockchain und hat natürlich auch einen langfristigen Ansatz. Das Ganze wird in einer Periode von über 100 Jahren geschehen, was sehr positiv aufzufassen ist. Bei Bitcoin wurde ebenfalls ein langfristiger Ansatz gewählt. Zudem muss man natürlich sagen, die Plattform-Emissionen hat sich jedenfalls auch geändert, denn das war nämlich hochinflationär. Und wir müssen auch sagen, Kadena ist eben ein inflationärer Token. Das war es damals und auch mit der neuen adjustierten Methode ist es trotzdem noch inflationär. Wir sehen ja hier Circulating Supply 20%. Das heißt, da ist noch einiges, was auf uns zukommt an Inflation. Und das ist die Sache, die Kadena auf jeden Fall meistern muss. Potenzial ist da, keine Frage, aber schaffen Sie es, das Potenzial auszuschöpfen. Schaffen Sie es, Bilder für sich zu gewinnen. Da haben Sie auch das Grand Program gestartet. Das heißt, Sie sind da dabei. Die müssen da natürlich auch weiter Gas geben. Denn die Frage ist natürlich, wir sind jetzt gerade um den Dreh hier, also kurz vor 2023 bei 180 Millionen. Und das geht eben weiter besonders hier. 50% werden tatsächlich bis 2030 im Umlauf gebracht. 50% sind dann im Umlauf 2030. Das heißt, wir haben hier noch eine Verdoppelung. Die nächsten acht Jahre wird der Umlaufbestand sich mehr als verdoppeln. Ich hoffe, ich kann das hier ordentlich rüberbringen und verständlich erklären. Das heißt, wie gesagt, um dieser Inflation entgegenzuwirken, muss Kadena natürlich ihre Market Cap steigern. Allein, dass der Preis gleich bleibt. Und da ist natürlich die Frage, wie stark können Sie durchpowern? Und deswegen finde ich es eben so wichtig, dass man sich auch mit dem Projekt detaillierter informiert und das alles weiter anschaut und sich als Investor natürlich auch weiter mit den Projekten befasst. Deswegen kam hier auch das Update von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr konntet daraus einige wertvolle Informationen draus sehen. Wenn das der Fall war, gerne ein Like geben. Somit supportst du natürlich den Kanal und hilfst das Video auch weiteren potenziellen Interessenten anzeigen zu lassen. Und falls du neu auf dem Kanal bist oder schon öfter Videos gesehen hast, aber noch nicht abonniert hast, gerne auch ein Abo da lassen. Um natürlich auch ein Teil der Community zu sein, bloß tatsächlich auch die Glocke zu aktivieren. Denn der YouTube-Algorithmus ist da so eine Sache, wenn man ein Video nicht angeguckt hat. Wenn das Thema einen vielleicht nicht interessiert hat, dann wird man dann kaum mehr angezeigt. Also, falls du das ganz interessant fandest und mehr davon sehen möchtest, wie gesagt, gerne Glocke aktivieren und auch deine Meinung reinschreiben. Gut, jetzt habe ich aber wirklich viel geredet. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Restsonntag. Genieß den auf jeden Fall und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Bis zum nächsten Mal.